Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Wie kürzlich im Unboxing des Xiaomi Mi 10 Lite 5G versprochen, habe ich auch hier zum Testen, dank Xiaomi Deutschland, vielen Dank dafür, das gute Xiaomi Mi Note 10 Lite. Viele werden vielleicht auch gar nicht den Unterschied so richtig wissen zwischen dem Mi 10 Lite und dem Mi Note 10 Lite. Vielleicht weiß der eine oder andere wahrscheinlich, kann ich mir fast vorstellen, noch nicht mal, dass es ein Mi Note 10 Lite auch gibt. Von daher, ich kläre euch auf in den folgenden Videos, eigentlich auch schon in diesem Video, weil wenn ihr das Unboxing des Mi 10 Lite gesehen habt und jetzt das Unboxing und meinen ersten Eindruck zum Mi Note 10 Lite, dann wisst ihr eigentlich schon so ungefähr die Unterschiede. Aber ihr könnt auch gerne schon, wenn ihr es vorher wissen wollt, unten in die Kommentare, in den Kommentaren eure Fragen stellen und ich beantworte sie euch. Ansonsten, es werden ein paar Videos hier auf diesem Kanal folgen, sowie aber auch auf unserem Zweitkanal Mayali-Tech. Das heißt, wenn ihr euch für alle Videos interessiert, abonniert auch gerne den Zweitkanal. Genug Palabra, Palabra. Ich bin mega gespannt, was mich hier oder was uns hier im Lieferumfang erwartet vom Mi Note 10 Lite. Die Verpackung ist ja schon mal ähnlich dem Mi 10 Lite auf jeden Fall, außer dass hier noch Hi-Res Audio steht beim Mi 10 Lite. Bei Mi Note 10 Lite nicht. Ich habe hier übrigens die 6 GB RAM und 64 GB ROM-Version in Midnight Black am Start. Hier sehe ich auch gerade schon, was alles im Lieferumfang vorhanden sein soll. Lese ich euch jetzt nicht vor, sondern wir packen es aus und dann sehen wir es. Also, es geht los nach dem Intro. Ich freue mich. Ihr bestimmt auch. Gleich vorneweg, das Mi Note 10 Lite kostet in der 6 GB RAM und 128 GB internen Speichervariante 399,90 Euro. Genauso wie das Mi 10 Lite mit dem gleichen Speicher. Heute werde ich noch nicht genau herausfinden, ob das Mi Note 10 Lite für mich besser ist, aber heute werden wir in den Lieferumfang gucken und ich erzähle euch alle technischen Daten sowie meinen ersten Eindruck. Wenn ihr mein Mi 10 Lite Unboxing gesehen habt, dann könnt ihr nach diesem Video vielleicht schon sagen, welches Smartphone euch besser gefällt. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Packen wir jetzt aber erst einmal das Mi Note 10 Lite aus. Ich bin gespannt, was hier so drin ist. Folie ab. Zum einen befindet sich natürlich das Xiaomi Mi Note 10 Lite in der Verpackung. Wir können auch direkt an der Folie ablesen, dass hier ein 6,47 Zoll Full HD Plus AMOLED Curved Display verbaut wurde. Eine Quad-Kamera mit einem 64 Megapixel Hauptsensor, ein 5.260 mAh großer Akku und der Snapdragon 730G Prozessor sind ebenfalls unter diesem Gehäuse. Was wird denn aber noch so mitgekauft? Ein USB-A auf USB-C Lade bzw. Datenkabel, ein 30 Watt Netzteil, mit dem ihr den Akku, denke ich, nach einer Stunde und 20 Minuten spätestens vollgeladen werden habt. Eine schwarz, leicht transparente Silikonhülle liegt dem Smartphone ebenfalls bei, sowie Papierkram und natürlich die Nadel zum Öffnen des SIM-Kartenschachts. Bis auf die 108 Megapixel Kamera bzw. das gesamte Kamerasystem scheint hier alles ähnlich dem Xiaomi Mi Note 10 zu sein. Wobei ich weiß, dass der 64 Megapixel IMX 686 Sony Sensor, der jetzt hier in der Lite-Variante verbaut ist, auch gute Fotos knipsen kann. Und das Mi Note 10 hatte ja ein wenig Performance-Probleme innerhalb der eigenen Kamera-App. Das lag, glaube ich, an der 108 Megapixel Kamera. Hier wird es vielleicht dann besser funktionieren, am Ende des Videos werdet ihr es sehen. Ich bin schon sehr gespannt, allgemein aber auch auf den Test. Die Rückseite ist zu den Seiten hin gebogen, sowie auch vorne das Display. Das macht das Display natürlich randfreier als bei Nicht-Curved-Displays und für mich dann auch schöner. Die Wassertropfen-Notch hätte Xiaomi bei der Lite-Version gerne kleiner machen können, meiner Meinung nach. Bei Mi 10 Lite haben sie die Wassertropfen-Notch ein bisschen kleiner bekommen. Hier ist sie halt genauso groß wie beim Mi Note 10 bzw. Mi Note 10 Pro. Innerhalb des Wassertropfens befindet sich eine 16 Megapixel-Frontkamera. Die ist im Vergleich zum großen Bruder etwas schwächer, denn im Mi Note 10 bzw. Mi Note 10 Pro ist eine 32 Megapixel-Frontkamera verbaut. Mit der beigelegten Silikonhülle sieht das Smartphone auch ganz gut aus. Natürlich halten die aber auch jetzt nicht ewig, wobei ich eher ein Fan von diesen Schwarz-Transparenten bin. Da die nicht so schnell abgenutzt aussehen, wie die rein durchsichtigen Silikonhüllen, die Xiaomi auch gerne mal mit reinlegt. Rechts am Metallrahmen haben wir Power-Button und Lautstärke-Wippe, sowie unten den SIM-Kartenschacht. Oben Infrarot-Blaster und Mikrofon. Links ist alles clean. Unten links finden wir diesmal den Mono-Lautsprecher und daneben Mikrofon, USB-C-Anschluss und 3,5 mm Klinkenanschluss. Jetzt, wo ich das Mi Note 10 Lite schon etwas länger in der Hand habe, kann ich sagen, dass es sich hochwertig und super verarbeitet anfühlt. Etwas schwerer mit 204 Gramm, aber alle Kanten sind rund, die Kamera guckt so gut wie gar nicht aus dem Gehäuse, keine scharfen Kanten, die Buttons sitzen sehr gut im Metallrahmen, sowie Gorilla Glass 5 hinten und vorne. Gefällt mir. Gucken wir uns noch den SIM-Kartenschacht vor der Software-Einrichtung genauer an. Dual-SIM-Möglichkeit ist vorhanden, eine Speicherkarte könnt ihr jedoch nicht einlegen. Es handelt sich bei dem Mi Note 10 Lite übrigens um ein 4G-Smartphone. Es ist kein 5G-Smartphone wie das Mi 10 Lite, welches ich euch im letzten Video gezeigt habe. Die 5G-Option muss man also natürlich auch noch in den Preis mit einberechnen beim Mi 10 Lite. Aber da hier in Deutschland das eh keiner nutzt, wegen der noch fehlenden Infrastruktur, ist das natürlich jetzt nicht das besondere Feature und man achtet mehr auf andere Punkte. Zurück zum Mi Note 10 Lite. Der SAR-Wert liegt hier bei 1,011 Watt pro Kilogramm am Kopf und 1,385 Watt pro Kilogramm am Körper. Das sogenannte Kinn ist hier beim 60 Hertz Curved Display auch angenehm schmal gehalten. Da es sich um das gleiche AMOLED-Panel wie beim Mi Note 10 hält mit HDR10-Unterstützung und 398 ppi, weiß ich schon jetzt, dass man mit diesem Display in dieser Preisklasse sehr zufrieden sein kann. Helligkeit, Kontrast, Schwarzwerte, Blickwinkelstabilität, Farben und Schärfe werden sehr gut sein. Über die Foto- und Videoergebnisse werde ich erst in der Review mit euch sprechen können, aber was hier genau verbaut ist, kann ich natürlich jetzt schon erwähnen. Eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera mit 2,2er Blende, ein 5 Megapixel Tiefensensor mit 2,4er Blende, die 64 Megapixel Hauptkamera von Sony mit 1,89er Blende und eine 2 Megapixel Makrokamera mit f2.4er Blende. Rechts neben dem Kamerasystem haben wir 2x2 LED-Blitzlichter. So was hat auch nicht jedes Smartphone. Mir fällt gerade um ehrlich zu sein auch nur das Xiaomi Mi Note 10, noch eine sehr größere Bruder. Ihr könnt euch zwischen hartem und weichem Licht entscheiden mit den beiden Blitzlichtern. Ein paar Software-Einrichtungsschritte überspringe ich jetzt, aber den Fingerabdruckscanner unter dem Display möchte ich euch noch zeigen. Denn hier stimmt die Position für mich wieder im Gegensatz zum Mi 10 Lite. In der Höhe ist er angenehm erreichbar für mich. Der wird ebenfalls zufriedenstellend gut sein, ist ebenfalls nämlich der gleiche wie beim großen Bruder. Daher kann ich hier höchstwahrscheinlich nicht meckern, nehme ich einfach schon mal der Review voraus. Es gibt noch schnellere und auch andere Arten, die schneller sind. Aber der hier verbaute geht auf jeden Fall in Ordnung und ist wie erwähnt auch bei teureren Smartphones verbaut. Am Schluss der Einrichtung kann man noch das Design auswählen. Im Nachhinein kann man das zwar eh noch ändern, aber interessanterweise hat man bei Mi Note 10 Lite hier mehr Auswahl als üblich am Anfang. Ich wähle heute mal was anderes aus als sonst, sonst nehme ich immer einfach klassisch. Wie ihr sehen könnt, ist MIUI 11 über Android 10 vorinstalliert. Jetzt gerade kam das Update auf MIUI 11.0.8. Das habe ich aber leider nicht mehr als Videomaterial, jedoch immer noch der Stand von April 2020 als Sicherheitspatch. Wir haben hier 6 GB LPDDR4X RAM und 64 GB UFS 2.1 internen Speicher, wovon noch knapp 44 GB frei sind. Persönlich würde ich zu der 128 GB Speichervariante greifen. Die App-Schublade steht einem hier beim Mi Note 10 Lite auch zur Verfügung, sowie auch der Google News Feed. Wie beim Mi 10 Lite ist einiges an Drittanbieter-Software vorinstalliert, was die meisten nicht benötigen werden. Zum Glück ist das Deinstallieren aber kein Problem. Einen Always-On-Display-Mode gibt es beim Mi Note 10 Lite auch und sogar ein richtiger. Beim Mi 10 Lite ist es ja leider aktuell noch der Fall, dass der nur für 10 Sekunden aktiviert wird, wenn ihr das Display berührt. Beim Mi Note 10 Lite könnt ihr hingegen unter Elemente Anzeigen immer auswählen und somit ist das Always-On-Display immer aktiviert. Ein Dark-Mode ist natürlich auch vorhanden und neben den Navigationstasten unten könnt ihr stattdessen auch die Vollbildgesten-Steuerung einschalten. Kennen wir ja so auch von Xiaomi. An sich kommt im Mi Note 10 Lite der gleiche Prozessor wie im Mi Note 10 vor und daher müssten die Benchmark-Ergebnisse so gut wie gleich sein. Aber wir gucken mal, was die Benchmarks sagen. Beim Geekbench 5 Test hat das Mi Note 10 Lite 545 Punkte im Single-Core und 1768 Punkte im Multi-Core-Test erreicht. Nach dem AnTuTu Benchmark wurden mir 268.190 Gesamtpunkte angezeigt. Insgesamt habe ich mit dem 730G-Prozessor gute Erfahrungen gemacht und denke, dass der hier für die normalen Aufgaben im Alltag ausreichen wird. Zwischendurch ein Game wird auch kein Problem sein. Viele werden den Unterschied wahrscheinlich noch nicht mal merken zwischen diesem Mittelklasse-Smartphone und dem Flaggschiff sozusagen. Dann schauen wir noch zum Schluss schnell in die Kamera-App hinein. Ultraweitwinkel, Automatik, Einfach- und ein Zweifacher-Zoom, von dem ihr aber nicht zu viel erwarten solltet, da hier kein Teleobjektiv verbaut ist. Die Fotos der Sony Hauptkamera werden sicherlich gut aussehen und solche Features wie AI und Macro-Modus habt ihr natürlich auch im Mi Note 10 Lite. Portrait-Modus mit verschiedenen Filtern, ein Nachtmodus, Panorama und auch Pro-Modus sehen wir hier ebenfalls. Den Pro-Modus mit Fokus-Peaking und mehr könnt ihr aber nur für Fotos nutzen. Beim Mi 10 Lite gibt es ebenfalls für Videoaufnahmen. Apropos Videos, den Vlog-Modus könnt ihr hier ebenfalls aktivieren und Macro-Videoaufnahmen sind auch möglich. Videos könnt ihr maximal bis 4K 30fps aufnehmen, 60fps wären schön gewesen. Bei der Frontkamera sind jedoch nur maximal 1080p 30fps möglich. Außerdem könnt ihr auch noch sogenannte Kurzvideos mit den neuen Kaleidoskop-Filtern in maximal Full HD 30fps aufnehmen. Die Ergebnisse zeige ich euch in den nächsten Videos und auch noch Zeitlupenaufnahmen bis 720p mit 960fps. All das oder all die Funktionen lassen eurer Kreativität quasi keine Grenzen, außer Grenzen bei der Auflösung eben. Also optisch und von der Verarbeitung gefällt mir das Xiaomi Mi Note 10 Lite sehr gut im ersten Eindruck. Vor allem das Kamerasystem, welches so gut wie vollständig im Gehäuse verschwindet, hat es mir angetan. Das gebogene Display ist in der Preisklasse ebenfalls sehr cool für mich. Im ersten Eindruck hat das Xiaomi Mi Note 10 Lite gegen das Mi 10 Lite für mich gewonnen. Aber in diesem Video will ich die beiden eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen. Performance und so weiter will ich dabei dann nämlich auch noch beachten natürlich. Dafür nehme ich mir lieber Zeit in einem separaten Video. Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.0 sind vorhanden, sowie NFC, UKW Radio und VoiceOver LTE, sowie VoiceOver Wi-Fi. Müssten sich im Nachhinein mit einem Code wie meistens eigentlich aktivieren lassen. Das werde ich aber noch bis zur Review überprüfen, deswegen die Infos jetzt ohne Gewehr. Aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video interessant fandet und dass wir uns vielleicht im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut! 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 Untertitelung des ZDF, 2020